Der Autor sagte, unter Kapitel, einiges über die Niederwerfung bei Hinzufügung oder Zweifel. Er sagte, wer eine Säule des Gebets weglässt und sich dann an diese erinnert, wenn er bereits mit der nächsten Gebetseinheit begonnen hat, so ist das bzw. der Teil vom Gebet ungültig geworden, was man weggelassen hat. Wir haben hier eine Säule. Ihr wisst ja, das Gebet hat Säulen und es hat Pflichten, Wajibat und es hat Sunan. Wir reden hier über eine Säule. Als Beispiel, jemand befindet sich in der ersten Gebetseinheit, er hat einmal den Sujud durchgeführt und dann ist er direkt aufgestanden in die zweite oder zur zweiten Gebetseinheit. Welche Säule hat er weggelassen in diesem Fall? Genau, er hat den zweiten Sujud weggelassen und er ist dann aufgestanden. Und wir kommen gleich zu diesem Aufstehen. Fakt ist, diese Gebetseinheit oder dieser Teil vom Gebet ist ungültig geworden. Er muss dann diese erste Raka'ah wegstreichen und er muss diese dann später zusätzlich hinzufügen. Also vom Äußeren her würde er dann sogar fünf Gebetseinheiten verrichten. Aber die erste ist ja ungültig. Er sagte, jetzt kommt ein wichtiger Hinweis. Und wenn man sich davor noch erinnern sollte, dann muss man dazu zurückkehren und es durchführen und was noch danach kommt. Sollte man erst nach dem Salam erfahren, dann ist es, als hätte man eine ganze Gebetseinheit weggelassen. Okay, er befindet sich in der ersten Gebetseinheit und dann steht er auf nach dem ersten Sujud. Und beim Aufstehen erinnert er sich. Und dazu kommen wir gleich im nächsten Satz ausführlich. Beim Aufstehen erinnert er sich. Oder es fällt ihm auf. Oder er wird daran erinnert. Und man sagt zum Beispiel, subhanallah, dann muss er zurückkehren und diese zweite Sujud durchführen und dann ganz normal sein Gebet zu Ende verrichten und dann Sujud as-Sahu machen. Sollte man es erst nach dem Salam erfahren haben, er hat dann das Gebet beendet und dann hat man zu ihm gesagt, in der ersten Raka'ah hast du einen Rücken weggelassen. Dann muss er diese Gebetseinheit, diese ganze Gebetseinheit verrichten.